ja grüßt euch leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal heute geht es mal um einen kasper meiner beziehungsweise um einen neuen kasper meiner und zwar hat das haus gold shell mal eine neue box auf markt geworfen und zwar ist es die gold shell box ihr seht sie schon ich habe es euch mal aufgerufen auf der website gold shell.com ja das ist das gute stück ist genauso groß wie ein box meiner kennt er wahrscheinlich schon von gold shell so sieht das ganze teil sozusagen aus wir sind einfach mal die bilder durch also ihr seht hier hinten vorne hier sind noch mal die 26 pci express stromanschlüsse ganz normalen netzwerk und halt eben die leds das zeigt halt eben an wie schnell beziehungsweise ob das gerät richtig funktioniert ja das teil ist am 15 märz diesen jahre veröffentlicht worden also sprich vor zwei tagen wie gold shell hier schon schreibt kompakt ruhig kleiner quasi kleine box und so weiter und so fort remote app control also das geht immer so eine cloud lösung bei gold shell relativ gut ja und so sieht das teil wie gesagt aus ist halt eben eine box machen wir gucken uns mal die technischen geschichten zu an genau und zwar wir haben bei dieser box eine hash rate von 1,18 terahash also ungefähr verhältnismäßig gesehen fünf mal so schnell wie ein gras 0 pro von ice river ein bisschen mehr sogar wir haben ihren stromverbrauch von 400 bass plus minus fünf prozent da ihr seht ihr auch noch mal die watt pro terahash das heißt 339 watt pro terahash das ganze läuft auf dem k heavy hash algorithmus kennt ihr ja schon aus dem kasper bereich die noch mal ein paar daten wie groß das ganze ist das paketgewicht 2,6 kilo und so weiter und so fort und ja wir gucken jetzt uns mal an was eigentlich für die meisten interessant ist und zwar aber es wirft das gerät eigentlich ab ja wir haben dazu beziehungsweise sind wir zu basic value rüber geswitcht da sieht man das ein bisschen besser also aktuell ist es so bei der box und gold shell dass die momentan 9 euro 32 am tag einspielt aber vorsicht das sind noch nicht die bereinigten preise das ist das was er ohne stromkosten abwirft aktuell also ihr seht jetzt 9 euro 32 am tag das sind 279 im monat und 3354 ob das werden halt eben jetzt die preise die für alle die zum beispiel eine pv anlage haben das heißt die für ihren strom wenig oder gar nichts bezahlen müssen das sind halt eben die preise aber ihr müsst ja noch mal die stromkosten drauf rechnen ich habe jetzt mal also die 8 euro 17 sind es auch nicht ich habe jetzt mal aus bin jetzt mal von ausgegangen ihr zahlt 30 cent pro kilowattstunde also 0,3 euro pro kilowattstunde was bei uns so ein normaler preis ist und zwar landet ihr dann bei 5 euro 69 am tag das ist halt eben jetzt der bereinigte wert sage ich mal und mit die 5 euro 69 am tag habt auf jeden fall ja beziehungsweise ist ja natürlich wieder abhängig wie entwickelt sich der kasper kurs wie sieht es mit schwierigkeitsgrad aus gucken wir uns aber natürlich auch gleich noch mal was mich ein bisschen persönlich stört an der ganzen geschichte ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen günstiger vorgestellt weil es ist halt ebenso es werden immer mehr meiner auf den markt geworfen und da muss auch ein bisschen preis gerangel da sein das heißt 1649 dollar ist eigentlich ein guter preis ja aber da ist ja auch weiter kein netzteil dabei das heißt ihr müsst euch wieder netzteil zusätzlich besorgen ich meine das geht auch mit dem atx netzteil auch keine frage wenn das genug leistung hat ja aber trotzdem ich denke mal für den preis hätte man ruhig mal netzteil zulegen können aber es ist halt eben typisch gold shell und zumal zu den 1649 dollar kommt der also versand ist hier nicht mit dabei bei goldschirm ist kein versand bezahlen aber ein für umsatzsteuer also müsst ihr auf die 1649 dollar noch mal 90 prozent drauf rechnen das heißt summa summarum wenn das ding bei euch dann da ist seid ihr mit grob geschätzten 1800 euro dabei ja das ist halt eben auch wichtig zu wissen dass er noch mal der einfach umsatzsteuer dazu dazu bezahlen müsst ich packe euch den link in die video beschreibung und nein guckt euch man aber wie gesagt das soll keine verkaufsempfehlung sein wir sind keine finanzberatung please do your research informiert euch bitte noch mal zusätzlich selbst ja dann gucken wir uns mal ein thema an wo wir jedes mal mit euch zusammen drüber schauen wenn wir schon ein video was machen was den kasper angeht und zwar guckt euch mal den schwierigkeitsgrad an und der sieht er jetzt wirklich schlecht aus für alle die jetzt nicht wissen was ich damit meinte desto höher der schwierigkeitsgrad ist desto schwieriger wird es einen blog zu finden für dann meiner beziehungsweise den pool und desto weniger rewards bekommt ihr auch ja das heißt ihr seht hier meine prognose war irgendwie dass ich der kasper glaube ich bei 40 peta hash einpendelt da sind wir jetzt schon wieder beim vierfachen was das angeht und es ist halt eben nach oben immer noch keine grenze zu sehen also sieht aufs jahr ist es deutlich zu sehen wie der schwierigkeitsgrad gestiegen ist auf monatsbasis naja ich sag mir also durch wachsen man könnte eine mittellinie hier ziehen sozusagen da muss man aber nicht aber wie gesagt aus jahr gesehen ist das schon relativ schwierig und goldschild wirft jetzt wieder ein paar meiner auf dem markt das heißt der schwierigkeitsgrad wird wieder steigen das ist immer so wenn man verkauft wird wie zum beispiel eher hier was den gleichen algorithmus hat wie die anderen kasper meiner das schlägt sich halt natürlich auch dementsprechend extrem auf dem schwierigkeitsgrad wieder und wenn jetzt goldschild davon 5000 stück verkauft und ich weiß nicht wie groß die in ihrer ihrer patches jedes mal sind dann haben wir hier auch vor 10 20 peter herrsch mehr auf der uhr und da wird es für alle anderen die auch mit passion sozusagen oder mit mein noch schwieriger ja nichtsdestotrotz lasst uns mal noch mal zum preis rüber schauen also ich habe jetzt bei hier bei coin market cap mal den jahr aufgemacht also ihr seht hier ich mache gerne mal immer einen kurzen und langen vergleich also das ist jetzt quasi auf der long sicht wenn man hier sieht wir hatten am 26 märz 2023 knapp zwei cent oder wissen weniger als zwei cent pro kasper und aktuell sind wir bei 13 cent so in der drehe und wir hatten auch in der letzten zeit ein paar anstiege drin gehabt er sieht hier zum beispiel am 20.2 mit 17 cent schon richtig gut dabei das heißt ihr seht aber auch das potenzial wenn man auf ein jahr sieht 971 prozent steigerung das sind auf heutigen tag beziehungsweise grob gerechnet 10x innerhalb von einem jahr was ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht finde die frage ist halt eben immer nur wo geht die reise hin wir können auch nicht in die glaskugel schauen ihr auch nicht ja weil wenn man jetzt mal auf monat zieht da sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus im monat sind wir natürlich gekommen von den 17 knapp 18 cent bis auf 13 cent runter das heißt der monatschart sieht natürlich auch nicht so prickelnd aus ich sag mal ganz einfach so und eine wochenschart naja relativ durchwachsen mehr im rot aber jeder der am crypto space unterwegs ist weiß dass nicht wirklich was zu sagen letztendlich geht es halt eben darum um halt eben im long bereich halt eben zu schauen wie sich wie sie es letztendlich entwickelt wenn ihr seht hier mit knapp 10 x innerhalb von einem jahr ist das wirklich gar nicht mal so schlecht ja lange rede kurzer sinn ich fasse das ganze noch mal zusammen gold shell hat die neue box auf dem markt geworfen kostet aktuell 1649 dollar da ist wie ich schon gesagt habe kein netzteil dabei das heißt ihr müsst euch selbst eins besorgen könnt ihr zum beispiel atx netzteil nehmen am besten ein modulares da könnt ihr zweimal sechs pin pcs weiß mindestens 500 watt muss das netzteil bringen wenn die box schon alleine 400 watt zieht also mindestens 500 watt es gibt auch netzteile zu kaufen es liegt in jedem seiner eigenen interesse aber halt eben sich ein netzteil kauft bei gold shell oder nicht ja ending time 14 tagen ist das ding bei euch da und wie gesagt auch die 1046 euro kommt noch die einfuhr umsatzsteuer dazu das heißt ihr bekommt dann noch mal ein steuerbescheid vom versender wenn hier das mit fedex zum beispiel kommt dann kommt werdet ihr von fedex angeschrieben dass ihr das bezahlen müsst oder bei ups ist es genau das gleiche und oder ihr müsst es vorweg bezahlen ist halt ebenso ja wir haben sehr oft die frage bekommen ja ich kann dann nur mit krypto bezahlen ist das normal etc und ich sage euch eins ja das ist so ich weiß dass es für viele von euch relativ unbequem ist aber es ist so weil auch gold shell die dinger produzieren lässt und die halt eben in usdt also in dollar kryptowährung das auch bezahlt deswegen ist auf die meisten plattform so wo ihr mal kaufen könnt müsst ihr in kryptowährung bezahlen und ihr werdet sehen beziehungsweise wo ihr nicht mehr kommt und sein können so nah mit paypal mit kreditkarte jetzt sicherlich schon aufgefallen ist es noch mal um 20 bis 30 prozent euro das ist halt ebenso genau profit also beziehungsweise was kommt rum dabei das teil macht aktuell 9 euro 32 am tag ihr müsst halt eben noch die stromkosten gegen rechnen das heißt hier unten ist mal gerechnet auf einen ganz normalen haushalt mit 30 cent pro kilowattstunde der seite bei 5 euro 69 am tag profit jetzt hier nochmal für alle die pv anlage verwenden 9 32 am tag 279 monat und 3354 aufs jahr das heißt der return und invest ohne stromkosten liegt bei sechs monaten der return und invest ohne stromkosten ist natürlich etwas länger ist doch als beziehungsweise mit stromkosten ist natürlich etwas länger ja die viel kulti beziehungsweise schwierigkeitsgrad haben uns angeschaut wissen auf jeden fall bescheid und ja preis haben wir auch ja das soll es erstmal von mir gewesen sein ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wünsche euch was bis die tage bis später bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal